Sie waren am Welt-Down-Syndrom-Tag die kleinen Stars der Küche. Die Kids vom Vöckler-Brucker Verein 46 plus 1 Down-Syndrom. Er ist der große Star. Mike Süßer, bekannt aus TV-Kochshows wie die Koch-Profis. Gemeinsam rockten sie zur Feier des Tages die Küche im Vöckler-Brucker Einkaufszentrum Varena. Wir schnippeln gerade wie die Weltmeister. Wir haben natürlich da ein bisschen was zu tun. Weil ich das vor zwei Jahren das erste Mal unterstützt habe und mir das eine Herzensangelegenheit war. Alles hat mir einen der schönsten Tage in meinem Leben beschert und dann haben wir gedacht, warum nicht den zweiten abholen. Damals war es ein Kochbuch, für das er und 17 andere Star-Köche mit jungen Menschen mit Down-Syndrom gekocht haben. In Vöckler-Bruck wurde live geschnipselt und mariniert. Dass Kinder mit Trisomie 21 oft unterschätzt werden, stört den Verein, der sich seit zehn Jahren für das Thema einsetzt. Dass einfach unsere Kinder so angenommen werden, wie sie heute sind und dass sie gut in die Gesellschaft integriert werden. Und das ist unser größter Wunsch. Das Besondere ist, dass sie sehr lernfähig sind, dass sie sehr wissenshungrig sind. Und ich muss sagen, auch jede Mutter kann stolz sein, wenn sie ein Down-Syndrom gekocht hat. Hühnchenspieße mit Erdnuss-Sauce auf Teigrückensalat, das Feiertagsmenü. Für die kleinen Köche eine Herausforderung. So wie das Kochen mit den sechs Kindern für den großen Koch. Sie haben geschnippelt, sie haben sich gefreut und es hat absolut Spaß gemacht. Auf einmal spielt es keine Rolle, ob ein Würfel akkurat geschnitten ist, halt mit Leidenschaft geschnitten. Sollte einer der kleinen Sous-Chefs später einmal Koch- oder Küchenassistent werden wollen, könnte das schwierig werden. Nach Ende der Schulpflicht fehlen ausreichende Möglichkeiten. Nach der Schulpflicht bestehen im Augenblick noch die größten Probleme für unsere Kinder. Wir wünschen uns alle natürlich, dass sie in einen Beruf kommen. Sie sollten einigermaßen fähig sein, ein selbstständiges Leben zu führen. Und dazu gehört auch heute ein Beruf, in dem man versichert ist, krankenversichert, pensionsversichert. Dahin ist aber sicher noch ein weiter Weg. Wesentlich kürzer, der Weg der Kitt ins Herz des Starkochs. Die haben ja viel mehr drauf als wir. Eine große Dankbarkeit, eine große Freude und eine viel höhere Aufmerksamkeit an allem rundherum. Und das ist das Schönste. Die Hauptzutaten bei der Kochshow am Welt-Down-Syndrom-Tag. Herzlichkeit und Lebensfreude.